. . . . . . . . Und Ricky Pauling mit seinem ersten Punkt. Ganz sicher 6 Punkte für Ray Morgens, 4 Rebounds dazu. . Pauling gegen Bap. Und so weiter macht das Ding. Chance aufs Dreipunktenspiel. Jetzt passt der aber erstmal auf Pauling. Und auch Dirk macht. Ricky Pauling jetzt auch mit neun Punkten schon. Auf der anderen Seite probieren sie jetzt auch die Zone, Ricky Pauling. Er tankt sich durch bis zum Korb. Und jetzt ist Ricky Pauling dran. Ja, jetzt ist Ricky Pauling dran. 1,45 noch. Also lassen sie sich jetzt nicht irritieren von der Einblendung. Die stimmt nämlich gerade nicht. Also die Differenz ist immer noch so. Und wir haben noch eine Minute und 41 zu spielen. Also noch eine Minute, fünf Sekunden zu spielen. Dreier Pauling. Gibt's noch nicht. 23 Punkte, so viel wie auf seinem Trikot steht. Für Ricky Pauling in der ersten Halbzeit. 18 im ersten, 26 im zweiten. Und heute sind es jetzt schon 24. So, Quali. Fickel bei, ja. Aber jetzt ist es schwierig gegen Morgan. Aber schöner Part von Quali auf Pauling. Ricky Pauling an der Linie. So, Saisonrekord für Ricky Pauling in Sachen Punkte. 27. Der spielt eine überragende Serie. Zumindest was den offensiven Output angeht. Müssen jetzt gut verteidigen. Und mit ein bisschen Hilfe tun sie das auch. Ricky Pauling ist da. 30 Punkte. Ricky Pauling. Auszeit-Ulm. Oldburg führt wieder durch Ricky Pauling. Mit seinen Punkten 29 und 30. We just, we didn't want the series to end tonight and I tried my best to help the team win.